Hallo und herzlich willkommen zur This Walking Weekly Challenge. Wir machen es im einfachen Modus und es geht runter in Murphys Katakomben. Und was ich heute als erster sagen muss, also der Anfangsbereich, dieses Mal die ersten 300 Meter sind wirklich nervig. Sie haben wirklich alles eingebaut, was so immer so ein bisschen ablopfen kann. Das heißt, diese ganzen Ringe, die der Zufallsgenerator uns hier bringt, die machen das Ganze einfach ziemlich langsam und ja, recht unschön zum Spielen. Danach geht es dann eigentlich, also gerade diese Stelle hier ist einfach nur irgendwie Blocking. Ansonsten ist es eigentlich wieder recht einfach. Es sind alles Elemente, die wir schon irgendwo mal gesehen haben oder die wir schon irgendwie kennen. Ein, zwei waren jetzt hier neu gerade am Anfang. Aber gerade das hier, also Augen klatschen und so weiter, das ist alles, haben wir schon mal gesehen, kennen wir. Auch der hier mit dem Rüberschicken ist uns schon recht bekannt. Gut, worauf wir achten sollten, es gibt eine kleine Stelle, wo unser Begleiter ein bisschen spinnt. Die sage ich euch nachher ganz kurz. Gut, hier kommt wieder die 600 Meter Pause. Wir gehen drüber, springen hoch, machen einen weiten Sprung hoch auf den Ring und drüber. Kennen wir auch schon, haben wir vorher schon gehabt. Kleiner Sprung, rüberziehen, hier nach oben schicken und auch hier runterziehen, rüber. An dieser Stelle fällt uns manchmal ein bisschen unser Begleiter, das war genau die. Also da bin ich einmal einfach gestorben, weil ich verzweifelt gedrückt habe auf meinen Begleiter-Button, aber der irgendwie das Auge nicht weggeklatscht hat. Was natürlich dann auch ein bisschen ärgerlich ist. So, das hier war die Silbergrenze. Ab jetzt haben wir schon mal Silber erreicht. Jetzt hier runter. Seile abschneiden. Auch hier wieder, das ist genau das gleiche, wie das, was wir gerade eben schon vorhatten, nur dieses Mal halt eben mit Stacheln. Hier auf keinen Fall hochziehen. Rüber, Ring rüberholen, hochspringen lassen, abschneiden, nicht drüberziehen. Hier runterziehen. Und schon bekommen wir die Pause, die 1200 Meter. Hier auch wieder immer Augen klatschen, springen. Rüberziehen, klatschen, drüber. Hoch auf den Ring, abschneiden, springen, schlagen. Hier einen weiten Sprung, Ring rüberziehen, hochziehen lassen. Hier nicht vergessen, den Ring rüberziehen, sonst sterben wir. Und jetzt können wir wieder wie wild halt eben die Tasten drücken. Gehen rüber, holen uns hier den zum Stoppen ab, machen einen kleinen Sprung rüber. Und an der Stelle bin ich jetzt gestorben. Ich würde es nochmal machen diese Woche, einfach weil die Stelle eigentlich, die kann man schaffen. Und ja, ich hätte nicht zu viel trinken sollen gerade eben. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen von der Wikilead Challenge. Und ja, ich denke wir werden uns diese Woche nochmal sehen. Oder sehen uns dann noch zur Daily Challenge. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.